Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Er will die Welt vernichten. Und es gibt keinen Ausweg. Die Menschen säten Gewalt und brachten Schlechtes über die Welt. Darum muss man uns auslöschen. Die Sintflut kommt. Wir bauen ein Schiff für die Unschuldigen. Mutter! Was ist? Fahr! Was willst du? Hast du wirklich gedacht, du könntest dich darin vor mir schützen? Es geht nicht um den Schutz vor dir. Ich stehe hier mit meinen Leuten und du bist allein und willst dich mir widersetzen. Ich bin nicht allein. Wenn sie kommen, kommen sie verzweifelt und in großer Zahl. Schlangen auf? Alles, was da kreucht, tut furcht. Bedenke nur, er wählte dich nicht ohne Grund. Es liegt in deinen Händen, Noah. Es fängt an. Was SB 30 Koreaこの- Was ist? Wir exploitsen einen Schiff für die Luft. Bis zum Pause.